Herzlich willkommen bei Top Trends. In diesem Video stellen wir dir die unserer Meinung nach 5 besten Babyphones mit Kamera vor. Wenn du gerade ein Babyphone suchst, das nicht nur zuverlässig überwacht, sondern auch mit guter Bildqualität, zusätzlicher Sicherheit und praktischen Funktionen überzeugt, bist du hier genau richtig. Wir schauen uns die neuesten und beliebtesten Modelle an und wir vergleichen alles. Bildqualität, Reichweite, Akkulaufzeit und natürlich die Extras, die den Alltag erleichtern. Egal ob du ein WLAN-freies Babyphone suchst, eine extra lange Akkulaufzeit bevorzugst oder eine klare Nachtsichtfunktion brauchst, wir haben das passende Modell für dich dabei. Bleib dran und finde das perfekte Babyphone für dich und deine Familie. Starten wir mit Platz Nummer 5, dem GHB Babyphone mit 5 Zoll Display. Das GHB Babyphone verfügt über ein 5 Zoll IPS Display mit einer Auflösung von 720p. Der IPS-Bildschirm ist stabiler als herkömmliche LED-Bildschirme und bietet nahezu 180 Grad Betrachtungswinkel. Ein wichtiger Pluspunkt ist, dass der Bildschirm auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharf bleibt und kein Flimmern aufweist. Dies ist besonders praktisch, wenn du dein Baby bei schwachem Licht oder in dunkleren Räumen überwachst. Die Bildqualität ist, wie zahlreiche Nutzer berichten, erstaunlich gut für ein Babyphone in dieser Preisklasse. Auch die Farbdarstellung und der Kontrast sind überzeugend, was dir ein klares Bild deines Babys ermöglicht. Durch die Größe des Bildschirms kannst du dein Kind bequem beobachten, ohne Details zu übersehen. Das GHB Babyphone verwendet die FHSS-Technologie Frequency Hopping Spread Spectrum, um Audio und Video sicher zu übertragen. Diese Technologie sorgt für eine störungsfreie und sichere Verbindung, die nicht über das Internet läuft, was bedeutet, dass keine Gefahr besteht, dass sich jemand unbefugt in das System hackt. Für Eltern, die auf Datenschutz Wert legen, ist das ein entscheidender Vorteil. Ein weiterer Pluspunkt ist die Reichweite des Geräts. Ohne Hindernisse beträgt diese bis zu 300 Meter, was mehr als ausreichend für ein großes Haus oder eine Wohnung ist. Auch durch Wände hindurch bleibt die Verbindung laut Nutzerbewertungen stabil, wobei die Bild- und Tonqualität überzeugend bleibt. Die Kamera des GHB Babyphones kann horizontal um 350 Grad und vertikal um 110 Grad gedreht werden, was dir eine sehr flexible Überwachung ermöglicht. Egal, wo sich dein Baby im Raum befindet, du kannst es immer gut im Blick behalten. Die HD-Nachtsicht-Funktion der Kamera ist besonders beeindruckend. Dank Infrarotlicht ist das Bild auch bei völliger Dunkelheit klar und scharf, ohne dabei den Schlaf deines Babys durch starkes Licht zu stören. Ein besonders praktisches Feature ist der VOX-Modus, Voice Operated Exchange. In diesem Modus geht das Display des Babyphones in den Ruhemodus, um Strom zu sparen und wird automatisch aktiviert, wenn Geräusche erkannt werden. Dies spart nicht nur Akku, sondern du wirst auch nur dann benachrichtigt, wenn wirklich etwas passiert. Der eingebaute 4000 mAh Akku hält im VOX-Modus besonders lange. Je nach Nutzung berichten einige Nutzer von einer Akkulaufzeit von bis zu einer Woche, was weit über dem Durchschnitt liegt. Besonders für Eltern, die viel unterwegs sind oder das Babyphone regelmäßig an verschiedenen Orten im Haus benutzen, ist dies ein enormer Vorteil. Das Babyphone bietet eine Vielzahl nützlicher Zusatzfunktionen. Die integrierte Temperaturanzeige überwacht konstant die Raumtemperatur und warnt dich, wenn es zu heiß oder zu kalt wird. Dies kann besonders hilfreich sein, um sicherzustellen, dass dein Baby in einer angenehmen Umgebung schläft. Ein weiteres nützliches Feature ist die Gegensprechfunktion. Mit ihr kannst du dein Baby direkt über das Babyphone beruhigen, ohne sofort in das Zimmer gehen zu müssen. Dies ist besonders praktisch in Situationen, in denen dein Kind nur kurz aufgewacht ist und durch deine Stimme schnell wieder einschläft. Zusätzlich sind auf dem Gerät Schlaflieder vorinstalliert, die du abspielen kannst, um dein Baby zu beruhigen. Auch wenn die Klangqualität dieser Lieder nicht überragend ist, finden viele Eltern die Funktion nützlich, um eine angenehme Schlafatmosphäre zu schaffen. Eine besonders interessante Funktion des GHB Babyphones ist die Möglichkeit, bis zu vier Kameras gleichzeitig an einen Monitor anzuschließen. Dies ist ideal, wenn du mehrere Kinder in verschiedenen Zimmern hast oder verschiedene Winkel eines Raumes überwachen möchtest. Zwei Kamerabilder können sogar gleichzeitig auf dem Monitor angezeigt werden, was dir eine noch bessere Kontrolle über das Geschehen gibt. Das GHB Babyphone mit Kamera und 5 Zoll IPS-Display ist eine hervorragende Wahl für Eltern, die nach einer zuverlässigen, sicheren und funktionsreichen Lösung zur Babyüberwachung suchen. Es punktet mit einer klaren Bildqualität, sicherer Übertragungstechnologie, flexibler Kamerabewegung und langer Akkulaufzeit. Zwar gibt es kleinere Schwächen, aber insgesamt ist das Babyphone für den Preis ein sehr empfehlenswertes Produkt. Besonders für Familien, die mehrere Kameras verwenden wollen, bietet das GHB Babyphone eine ausgezeichnete Lösung. Bei Amazon erreicht das GHB Babyphone eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 1500 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 95 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit zusätzlich 6 Euro. Auf Platz Nummer 4 haben wir das HelloBaby HB 6550 Babyphone. Das HelloBaby Babyphone kommt mit einem großzügigen 5 Zoll Farbdisplay, das für eine klare und farbenfrohe Darstellung sorgt. Im Vergleich zu kleineren Bildschirmen hebt sich dieses Modell mit seiner besseren Sichtbarkeit und Detailgenauigkeit ab, was vor allem bei der Überwachung während der Nacht oder bei gedämmtem Licht hilfreich ist. Die Kamera des Geräts lässt sich ferngesteuert um 355 Grad schwenken und 120 Grad neigen, wodurch du den gesamten Raum deines Babys im Blick behalten kannst, selbst wenn es sich bewegt. Ein weiteres nützliches Feature ist der zweifache Zoom, mit dem du Details wie die Schlafposition deines Kindes genau erkennen kannst. Die Geräuschlosigkeit der Kamerabewegungen trägt dazu bei, dass dein Baby nicht durch Geräusche gestört wird. Zudem ist das Gerät sowohl für eine Wandmontage als auch für die Platzierung auf einem Regal oder Tisch geeignet, was dir Flexibilität bei der Positionierung gibt. Ein großer Vorteil des HelloBaby Babyphones ist die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 30 Stunden im Eco-Modus bleibt das Babyphone auch bei längeren Überwachungszeiten zuverlässig im Betrieb. Im Eco-Modus schaltet sich der Bildschirm nur bei Geräuschen oder Bewegungen ein, was sowohl die Akkulaufzeit schont als auch Energie spart. Dies ist besonders nützlich, wenn du das Gerät über Nacht nutzen möchtest, ohne es ständig aufladen zu müssen. Außerdem zeigt der LED-Lautstärke-Indikator Geräusche visuell an, was besonders praktisch ist, wenn du den Ton deaktiviert hast oder dich in einem lauten Raum befindest. Eine Besonderheit des HelloBaby Babyphones ist die 2,4 GHz FHS-Technologie, die eine stabile und sichere Verbindung zwischen Kamera und Monitor gewährleistet. Da das Babyphone ohne WLAN auskommt, sind potenzielle Hacking-Risiken deutlich reduziert. Durch die verschlüsselte Übertragung bleibt deine Privatsphäre jederzeit geschützt. Ein entscheidender Faktor für viele Eltern, die auf Datensicherheit achten. Die Verbindung bleibt auch bei Hindernissen stabil, wodurch du den Monitor in verschiedenen Räumen nutzen kannst, solange du dich im Radius von etwa 305 Metern aufhältst. Die integrierte Infrarot-Nachtsicht ist ein weiteres Highlight des HelloBaby Babyphones. Selbst in völliger Dunkelheit liefert die Kamera klare Schwarz-Weiß-Bilder, sodass du dein Baby stets im Blick hast, ohne es durch zusätzliches Licht zu stören. HelloBaby nutzt hierfür unsichtbare Infrarot-LEDs, die nicht aufleuchten und somit keinen Einfluss auf den Schlaf deines Kindes haben. Eine der praktischsten Funktionen ist die Zweiwege-Audiokommunikation. Mit diesem Feature kannst du direkt mit deinem Baby sprechen, es beruhigen oder ihm sanft zuflüstern, ohne den Raum betreten zu müssen. Die Audioqualität ist klar und ohne große Verzögerungen, was das direkte Sprechen besonders angenehm macht. Laut einigen Nutzern gibt es jedoch manchmal eine leichte Verzögerung in der Übertragung, die in bestimmten Situationen störend wirken könnte. Das Babyphone bietet zudem acht Schlaflieder, die du ferngesteuert abspielen kannst, um deinem Baby beim Einschlafen zu helfen. Ein weiteres nützliches Feature ist die Raumtemperaturüberwachung, die auf dem Display angezeigt wird und bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen eine Warnung ausgibt. So kannst du sicherstellen, dass dein Baby in einer optimal temperierten Umgebung schläft. Die Plug-and-Play-Funktion des HelloBaby Babyphones erleichtert die Einrichtung enorm. Das Gerät ist direkt nach dem Auspacken einsatzbereit, ohne komplizierte WLAN-Kopplung oder langwierige Installation. Die Menüführung ist intuitiv, sodass auch technikunerfahrene Nutzer schnell zurechtkommen. Besonders gelobt wird die klare Struktur der Bedienung, die es einfach macht, durch die verschiedenen Funktionen zu navigieren. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, das System um bis zu vier Kameras zu erweitern. Dies macht das Babyphone besonders interessant für Eltern mit mehreren Kindern oder für diejenigen, die verschiedene Räume überwachen möchten. Mit der Picture-in-Picture-Funktion kannst du mehrere Kameras auf dem Bildschirm gleichzeitig im Auge behalten. Allerdings ist es nicht möglich, zusätzliche Monitore zu verbinden, was die Flexibilität bei der Überwachung einschränken könnte. Das HelloBaby HB6550 Babyphone ist eine exzellente Wahl für Eltern, die auf der Suche nach einem sicheren, einfach zu bedienenden und funktionsreichen Babyphone sind, das ohne WLAN funktioniert. Die Kombination aus langer Akkulaufzeit, flexibler Kamerasteuerung und sicherer Verbindung macht es zu einem zuverlässigen Gerät für den täglichen Einsatz. Vor allem die Infrarot-Nachtsicht, der große 5-Zoll-Bildschirm und die Zwei-Wege-Kommunikation heben es von anderen Modellen in dieser Preisklasse ab. Kleine Nachteile wie die leichte Verzögerung im Audio und das Fehlen von weiteren Monitor-Erweiterungen sind angesichts des ansonsten überzeugenden Funktionsumfangs leicht zu verschmerzen. Für Eltern, die Wert auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit legen, ist das HelloBaby HB6550 Babyphone eine sehr empfehlenswerte Wahl. Bei Amazon erreicht das HelloBaby HB6550 Babyphone eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit 178 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 100 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit zusätzlich 20 Euro. Platz Nummer 3 erreicht das BabySense HD-S2 Babyphone mit zwei Kameras. Das BabySense HD-S2 bietet ein 5-Zoll-Display mit 720p HD-Auflösung, was eine bemerkenswert klare Bilddarstellung sowohl tagsüber als auch nachts ermöglicht. Der Bildschirm zeigt die Aufnahmen der zwei HD-Kameras in hervorragender Qualität, sodass man wirklich jedes Detail erkennen kann. Dank der Splitscreen-Funktion kannst du beide Kameras gleichzeitig überwachen, was besonders bei mehreren Kindern nützlich ist. Ein Highlight ist der Infrarot-Nachtsicht-Modus, der bei dunklen Lichtverhältnissen automatisch aktiviert wird. Das Bild wechselt in diesem Fall zu klaren Graustufen, sodass auch bei völliger Dunkelheit alles gut sichtbar ist, was ein beruhigendes Gefühl vermittelt. Ein großes Plus dieses Modells ist die Entscheidung für eine 2,4 GHz FHS-Verbindung. Im Vergleich zu WLAN-gestützten Geräten bietet das FHS-System eine stabile und störungsfreie Verbindung. Zudem ist es besonders schwer zu hacken, da es nicht auf ein öffentlich zugängliches Netzwerk angewiesen ist. Dies ist besonders wichtig für Eltern, die ein Maximum an Sicherheit für ihr Baby wollen, ohne sich um potenzielle Hackerangriffe sorgen zu müssen. Die drahtlose Übertragung funktioniert einfach und zuverlässig und durch die Nutzung der Frequenzsprungtechnik ist auch eine gute Reichweite von bis zu 292 Metern ohne Hindernisse gewährleistet. Ein weiterer Vorteil, da das Gerät ohne WLAN auskommt, entfällt auch die Abhängigkeit von einem stabilen Internetzugang, was die Flexibilität erhöht. Die beiden HD-Kameras sind wahre Alleskönner und lassen sich per Fernbedienung schwenken, neigen und bis zu vierfach zoomen. Diese PTZ-Funktion, Pan-Tilt-Zoom, macht es leicht, den gesamten Raum zu überblicken oder gezielt heranzuzoomen, um das Baby genauer im Blick zu haben. Wenn das Baby zum Beispiel seinen Schnuller verliert, lässt sich die Kamera schnell und präzise darauf ausrichten. Durch die Bewegungssteuerung können Eltern problemlos den besten Winkel finden, ohne das Babyzimmer betreten zu müssen, was eine reibungslose und ungestörte Überwachung gewährleistet. Das BabySense HD-S2 punktet mit einer Zwei-Wege-Audio-Funktion, mit der Eltern mit ihrem Kind kommunizieren können, auch wenn sie nicht im selben Raum sind. Diese Gegensprechfunktion ist ideal, um das Baby aus der Ferne zu beruhigen. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Auswahl an Schlafliedern ausgestattet, die auf Knopfdruck abgespielt werden können. Diese beruhigenden Klänge tragen dazu bei, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen und dem Baby beim Einschlafen zu helfen. Durch diese Funktionen bietet das BabySense HD-S2 nicht nur die Möglichkeit zur Überwachung, sondern auch eine aktive Unterstützung, wenn es um das Wohlbefinden des Kindes geht. Ein weiterer Pluspunkt dieses Babyphones ist der leistungsstarke 4000 mAh Akku. Im Energiesparmodus hält der Akku bis zu 20 Stunden, während er im regulären Modus eine Laufzeit von etwa 12 Stunden bietet. Der Eco-Modus schaltet das Display automatisch ein, sobald das Baby ein Geräusch macht, was die Akkulaufzeit optimiert und Eltern gleichzeitig beruhigt, da sie sicher sein können, keine Aktivität zu verpassen. Diese Energiesparfunktionen sind vor allem für den Einsatz über Nacht sehr praktisch, da der Monitor nicht ständig laufen muss, sondern nur dann aktiviert wird, wenn es nötig ist. Ein praktisches Extra ist das integrierte Nachtlicht der Kameras. Die Lichtintensität kann angepasst werden, was es einfach macht, eine gemütliche Atmosphäre im Kinderzimmer zu schaffen. Dieses dezente Licht dient nicht nur der besseren Sichtbarkeit im Raum, sondern bietet auch Komfort für das Baby, da es die Dunkelheit etwas mildert. Ein weiteres Feature, das Eltern schätzen werden, ist die Möglichkeit, das System mit bis zu vier Kameras zu erweitern. Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Räume überwacht werden sollen oder wenn ein weiteres Kind auf dem Weg ist. Die Kameras lassen sich dann über die Splitscreen-Funktion parallel anzeigen oder im Wechselmodus alle 15 Sekunden rotierend aufrufen, was eine flexible Überwachungslösung bietet. Das BabySense HD-S2 überzeugt durch seine benutzerfreundliche Bedienung und die Vielzahl an Funktionen. Dennoch gibt es einige kleinere Schwachstellen, die in den Nutzerbewertungen aufgefallen sind. Einige Nutzer berichten von gelegentlichen Ausfällen bei der Elterneinheit oder von Störungen in der Audioqualität. Während diese Probleme laut Hersteller durch Garantieleistungen abgedeckt sind, ist es dennoch ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ein weiterer Aspekt, der erwähnt wird, ist, dass das Gerät vergleichsweise groß und schwer ist, was es etwas weniger mobil macht. Dies ist vor allem relevant, wenn das Babyphone oft transportiert wird. Insgesamt ist das BabySense HD-S2 eine exzellente Wahl für Eltern, die Wert auf eine sichere, nicht-WLAN-basierte Verbindung und eine hochwertige Bildqualität legen. Mit dem großen, hochauflösenden 5-Zoll-Display, der Zweiwege-Audio-Funktion, den Schlaflidern und der leistungsstarken Kamera mit Zoom- und Schwenkneige-Funktion bietet es alles, was Eltern zur Überwachung ihrer Kinder benötigen. Die lange Akkulaufzeit und der Energiesparmodus erhöhen die Zuverlässigkeit des Geräts, was es besonders für den Einsatz über Nacht geeignet macht. Die gelegentlichen Berichte über technische Defekte trüben den Gesamteindruck zwar etwas, aber die schnelle Reaktion des Herstellers und die Reparatur- oder Austauschoptionen sprechen für einen guten Service. Für Familien mit mehreren Kindern oder Räumen ist das Babyphone durch die erweiterbare Kamera-Funktion und die Split-Screen-Option ideal geeignet. Wer also nach einem verlässlichen Babyphone ohne WLAN sucht, wird mit dem BabySense HD-S2 sicher zufrieden sein und ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort für sich und sein Kind finden. Bei Amazon erreicht das BabySense HD-S2 Babyphone eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen bei derzeit 970 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 130 Euro. Platz Nummer 2 verdient sich das iE-Geek Babyphone mit 2K-Kamera und App-Steuerung. Das iE-Geek Babyphone zeichnet sich durch ein modernes und funktionales Design aus. Der 5-Zoll-LCD-Bildschirm ist groß genug, um das Baby klar und deutlich zu sehen, während die Kamera mit PTZ-Funktion Pan-Tilt-Zoom es ermöglicht, den Winkel manuell oder automatisch auf das Baby auszurichten. Mit einer Schwenkbewegung von 355 Grad horizontal und 60 Grad vertikal bietet die Kamera einen umfassenden Blickwinkel, wodurch keine Bewegungen des Babys unbemerkt bleiben. Das Gerät ist robust und gut verarbeitet, was besonders wichtig ist, wenn man bedenkt, dass Babyphones oft in verschiedenen Räumen genutzt werden. Die Kamera kann einfach montiert werden und der Monitor ist leicht zu bedienen, was den täglichen Gebrauch besonders praktisch macht. Die 2K-3-Megapixel-Auflösung HD-Kamera liefert gestochen scharfe Bilder, sowohl tagsüber als auch nachts. Dank der Infrarot-Nachtsicht werden auch im Dunkeln klare Bilder übertragen, ohne den Schlaf des Babys durch sichtbares Licht zu stören. Ein Nachteil könnte allerdings für sehr empfindliche Babys sein, dass die Infrarotbeleuchtung wahrnehmbar ist und in seltenen Fällen stören kann. Die Bildqualität des Monitors ist auf 720p begrenzt, was jedoch völlig ausreichend ist, um das Geschehen klar zu verfolgen. Auf Smartphones über die App kannst du sogar in 2K-Auflösung schauen. Diese Bildqualität hilft dabei, jede Bewegung und jedes Detail des Babys genau zu sehen, sei es ein Lächeln oder die sanften Atemzüge während des Schlafs. Die Audioqualität hingegen könnte laut einigen Nutzern etwas besser sein. Während die Zwei-Wege-Kommunikation hilfreich ist, um mit dem Baby zu sprechen und es zu beruhigen, kann es vorkommen, dass Hintergrundgeräusche leicht verstärkt werden. Dies kann gelegentlich zu unklarer Tonwiedergabe führen, insbesondere bei Störgeräuschen aus der Umgebung. Die Funktionsvielfalt dieses Babyphones ist beeindruckend. Neben der Bewegungs-, Geräusch- und Weinerkennung gibt es eine automatische Verfolgungsfunktion, bei der die Kamera dem Baby folgt, wenn es sich bewegt. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn das Kind aktiver wird und sich im Raum bewegt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, Bewegungszonen festzulegen, um Benachrichtigungen nur für bestimmte Bereiche zu erhalten. Dies reduziert unnötige Alarme, etwa wenn sich nur die Gardinen bewegen oder ein Haustier durchs Bild läuft. Besonders die Geräuscherkennung hebt dieses Gerät von vielen Konkurrenzprodukten ab. Bei Weinen oder ungewöhnlichen Geräuschen erhältst du sofort eine Benachrichtigung auf dein Smartphone oder den Monitor, sodass du schnell reagieren kannst. Zusätzlich gibt es eine bidirektionale Sprachkommunikation, mit der du mit deinem Baby sprechen kannst, ohne direkt ins Zimmer zu müssen. Dies kann helfen, das Baby zu beruhigen oder ihm zu signalisieren, dass du in der Nähe bist. Die Verbindung zur Kamera erfolgt über 2,4 Gigahertz WLAN, was eine stabile Verbindung und eine Reichweite von bis zu 300 Metern gewährleistet. Besonders nützlich ist die Steuerung über die iEG Cam App, die sowohl für Android als auch für iOS verfügbar ist. Dadurch kannst du dein Baby nicht nur auf dem Monitor überwachen, sondern auch über dein Smartphone, was besonders praktisch ist, wenn du unterwegs bist. Die App ist intuitiv und ermöglicht es, die Kamera aus der Ferne zu steuern. Du kannst den Kamerawinkel verändern, heranzoomen oder auch Videos aufzeichnen, was besonders nützlich ist, um wichtige Momente festzuhalten. Zudem unterstützt das Babyphone bis zu vier Kameras gleichzeitig, was es ideal für größere Wohnungen oder Häuser macht. Das Babyphone ist mit einem 3000 mAh Akku ausgestattet, der bis zu 8 Stunden im Videomodus und bis zu 24 Stunden im Audiomodus hält. Damit ist sichergestellt, dass du das Gerät problemlos die ganze Nacht über verwenden kannst, ohne es zwischendurch aufladen zu müssen. Geladen wird der Monitor über ein USB-Kabel, was den Ladeprozess einfach und flexibel gestaltet. Neben den grundlegenden Überwachungsfunktionen bietet das iE Geek Babyphone auch einige Extras, die den Alltag erleichtern. Dazu gehört eine Temperaturanzeige, die sicherstellt, dass die Raumtemperatur im Babyzimmer stets angenehm ist. Zudem kannst du über das Gerät Schlaflieder abspielen, um das Baby zu beruhigen und in den Schlaf zu wiegen. Trotz der vielen Vorteile gibt es auch einige kleinere Schwächen. Die Audioqualität könnte besser sein, da Hintergrundgeräusche gelegentlich zu stark übertragen werden. Auch die Benachrichtigungen durch die Geräuscherkennung können in manchen Situationen überempfindlich sein, etwa wenn Haustiere oder externe Geräusche wahrgenommen werden. Insgesamt ist das iE Geek Babyphone eine ausgezeichnete Wahl für Eltern, die eine zuverlässige und vielseitige Lösung zur Überwachung ihres Babys suchen. Die Kombination aus einer hochwertigen Kamera mit klarer Tag- und Nachtsicht, der flexiblen Steuerung per App und den praktischen Zusatzfunktionen wie der Temperaturanzeige und den Schlaflidern machen dieses Gerät zu einem Top-Produkt in seiner Preisklasse. Trotz kleiner Schwächen in der Audioqualität und der Geräuscherkennung bietet es ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Bei Amazon erreicht das iE Geek Babyphone eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit knapp 800 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 200 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit zusätzlich 60 Euro. Den ersten Platz in unserer Liste der 5 besten Babyphones mit Kamera erreicht das Boyfun Babyphone mit Kamera. Das Boyfun Babyphone macht auf den ersten Blick einen robusten und hochwertigen Eindruck. Die Verarbeitung ist solide und das Gerät wirkt stabil, was für die Sicherheit und Zuverlässigkeit spricht. Die Kamera hat ein modernes Design, das sich gut in jedes Kinderzimmer einfügt. Besonders hervorzuheben ist der schwenkbare Kopf der Kamera, der eine 355 Grad horizontale und 60 Grad vertikale Drehung erlaubt. So kannst du dein Baby aus jedem Winkel beobachten, ohne die Kamera manuell verstellen zu müssen. Die Kamera bietet eine beeindruckende 2K-3 Megapixel-Auflösung, was besonders für ein Babyphone in dieser Preisklasse bemerkenswert ist. Durch die hohe Auflösung kannst du auch kleinste Details wie Mimik und Bewegungen deines Babys klar erkennen, sowohl am Tag als auch bei Nacht. Gerade in der Dunkelheit profitiert das Gerät von seiner Infrarot-Nachtsicht, die auch ohne Licht gestochen scharfe Bilder liefert. Besonders lobenswert ist der vierfache Zoom, der dir hilft, auch feinere Details wie die Atmung deines Babys zu beobachten. Ein weiteres nützliches Feature ist das intelligente Nachtlicht. Du kannst zwischen drei verschiedenen Modi wählen – Dauerlicht, Marquee-Licht und Atmungslicht. Diese Funktionen tragen dazu bei, eine beruhigende Atmosphäre für dein Baby zu schaffen, was besonders hilfreich ist, wenn dein Kind Schwierigkeiten beim Einschlafen hat. Zusätzlich sind 14 vorinstallierte Schlaflieder verfügbar, die automatisch abgespielt werden können. Die beruhigenden Klänge sind nicht nur für das Baby angenehm, sondern auch für Eltern, die damit eine sanfte Einschlafhilfe an ihrer Seite haben. Eine der wichtigsten Funktionen des Boyfun-Babyphones ist die intelligente Bewegungs-, Weinen- und Geräuscherkennung. Sobald das Gerät eine Bewegung oder ein Geräusch im Kinderzimmer wahrnimmt, erhältst du umgehend eine Benachrichtigung. Dies funktioniert sowohl über den mitgelieferten LCD-Bildschirm als auch über die mobile App. Die Auto-Tracking-Funktion hebt das Gerät auf ein ganz neues Niveau. Es verfolgt automatisch die Bewegungen deines Babys, sodass du nie den Überblick verlierst, auch wenn das Kind im Bett herumkrabbelt oder sich viel bewegt. Diese Funktionen garantieren nicht nur Sicherheit, sondern bieten auch einen großen Komfort, da du dich nicht ständig selbst um die Kameraeinstellung kümmern musst. Ein weiteres Highlight ist die Zwei-Wege-Audio-Funktion. Du kannst dein Baby nicht nur sehen, sondern auch mit ihm sprechen, was besonders hilfreich ist, wenn du es aus der Ferne beruhigen möchtest. Der integrierte Temperatursensor gibt dir jederzeit Auskunft über die Raumtemperatur und warnt dich, wenn diese außerhalb des empfohlenen Bereichs liegt. So kannst du sicherstellen, dass dein Baby in einem optimalen Umfeld schläft. Das Boyfun Babyphone lässt sich sowohl über einen LCD-Monitor als auch über eine mobile App steuern. Die App ist benutzerfreundlich und du kannst so auch von unterwegs aus jederzeit einen Blick auf dein Baby werfen. Besonders praktisch, mehrere Nutzer können auf die Kamera zugreifen, was ideal ist, wenn du dein Baby gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern oder einer Nanny im Blick behalten möchtest. Die Reichweite des Babyphones beträgt etwa 300 Meter, was für die meisten Wohnungen und Häuser ausreichend ist. Allerdings solltest du beachten, dass die Nutzung der mobilen App eine stabile WLAN-Verbindung erfordert, was in einigen Reviews als potenzieller Schwachpunkt genannt wurde. Der Akku des Boyfun Babyphones hat eine Kapazität von 3000 mAh, was in der Regel für einen ganzen Tag Überwachung ausreicht. Besonders energiesparend ist der Vox-Modus, in dem sich der Monitor nur einschaltet, wenn ein Geräusch erkannt wird. Dies verlängert die Akkulaufzeit erheblich und ist besonders hilfreich, wenn du das Babyphone über längere Zeiträume hinweg einsetzen möchtest. Mit seinem günstigen Preis bietet das Boyfun Babyphone ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kombiniert viele Funktionen, die man sonst nur bei teureren Modellen findet. Die hochwertige Kamera, die zuverlässige Bewegungs- und Geräuscherkennung sowie die Vielzahl an zusätzlichen Features wie die App-Steuerung und das Nachtlicht machen das Boyfun Babyphone zu einer hervorragenden Wahl für preisbewusste Eltern. Das Boyfun Babyphone mit Kamera bietet ein überzeugendes Gesamtpaket aus technischer Finesse und praktischen Funktionen. Die hohe Auflösung, intelligente Bewegungsverfolgung und die benutzerfreundliche App machen es zu einer idealen Wahl für Eltern, die eine zuverlässige Überwachung ihres Babys suchen. Trotz kleiner Schwächen wie der WLAN-Abhängigkeit und der etwas zeitaufwendigen Einrichtung, übertrifft das Gerät in vielen Bereichen die Erwartungen. Für den Preis erhältst du ein durchdachtes Babyphone, das sich mit den großen Namen der Branche messen kann. Wir empfehlen dieses Babyphone daher wärmstens. Bei Amazon erreicht das Boyfun Babyphone eine Kundenzufriedenheit von 4,7 von 5 möglichen Sternen bei derzeit knapp 1800 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 135 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit zusätzlich 10 Euro. Das war's mit unserem heutigen Video über die 5 besten Babyphones mit Kamera. Noch einmal zur Erinnerung. Du findest alle Links zum Kaufen oder aber um dich weiter über die vorgestellten Babyphones zu informieren, in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass das richtige Babyphone für dich dabei war. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zu einem der vorgestellten Babyphones haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal.